Was geht, Freunde? Ich habe im Stream Granny Teil 3 gespielt. Wir haben es geschafft, das Game direkt durchzuspielen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich aus dem Horrorhaus entkommen bin, schaut auf jeden Fall das Video bis zum Ende an. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein Abo da. Sehr, sehr wichtig, kommt auf Twitch in den Streams, um an den Chat teilzunehmen. Außerdem würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mir auf Instagram folgt. Da kündige ich immer an, wann ich live bin. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Chat, sollen wir mal in den Nightmare-Modus spielen? Das ist der härteste Modus. Okay, jetzt schreibt ja. Ihr wollt auch wirklich, dass ich innerhalb von 5 Minuten neu starten muss, weil ich nicht einmal hier überhaupt rauskomme. Chat, wir spielen nicht im Nightmare-Modus. Du bist einfach schlecht. Okay. Cap, nein, wegen dir. Isst deine Maus auf. Ey, meine Eltern sind heute... Und ich habe die Nachricht leider nicht lesen können, tut mir leid. Ich glaube, das Schlaueste, was man immer machen kann, ist, dass alle erst runtergehen, oder? Und Opa hat mal wieder gehotboxed. Hier auch. Gebt mir ein bisschen den Rauch ab. Chat, ey, ey, Raucher. Ey, Raucher. Und ich komme aus der Sache nicht mehr raus. Äh, GG. Ich habe mich gerade selber exposed. Oh, nein. Hey, wollen Sie mein Ticket haben? Haha, hier ist es. Ich bin Schwarzfahrer. Eine Fuse. Eine Fuse. Eine Fuse. Haha. Fusé. Wo ist Granny? Die kommen nicht. Ja, wo sind die? Was für ein Loser-Ehe. Nein, Granny ist nicht mein Zwilling. Warum lacht Granny wie eine Hexe? Ey, Ticketkontrolle. Holen Sie sich mein Ticket. Und ich bin fast gestorben, GG. Opa wird, glaube ich, genau da sein, wenn ich jetzt hochgehe. Habe ich recht? Bitte, Opa, tu es mir nicht an. Bitte, Opa, tu es mir nicht an. Opa wird mich ab... Opa... Opa ist weg. Opa ist weg. W, Opa, Chad. Ich glaube, Opa ist rausgegangen. Hier ist nie ein Item. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Hier ist nichts drin. Schublade. Der Accelerator. Matter, dass der Accelerator hier ist. Accelerator hier. Fuse hier. Tja, ihr müsst euch das genau merken. Oh, nein. 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 Ich lerne vorhin noch andere Sprachen, weil mich Slendrina so unfassbar jumpscared jedes Mal aufs Neue. Äh, und danke für die erste liebe Nachricht. Ich konnte sie gerade nicht durchlesen. Die ist gerade schon wieder weg. Irgendwas mit, äh, dass ihr meine Videos schaut. Jo, Kuss geht raus, danke dir. Marco ist offiziell geisteskrank. Was meint Timon? Unterstrich ohne Pumba damit. Was meint Timon? Unterstrich ohne Pumba damit. Mit Marco ist offiziell geisteskrank. Wer würde ihm zustimmen? Eins im Chat. Ich bin nicht geisteskrank. Gib mir ein paar Steine. Kann man die essen? Wir finden's raus. Auf jeden Fall werden Granny und Opa sie gleich essen. Und mein gesamter Chat stimmt ihm zu, dass ich angeblich geisteskrank bin. Nein, Chat, ich bin nicht geisteskrank. Okay, Slendrina, schau mich noch einmal an und ich tick aus. Hä? Weaponkey. Okay, dass der Weaponkey hier ist, ist wahnsinnig. Mann! Mach die Tür zu. Sind wir in der U-Bahn oder wer lässt die Türen immer offen? Hi Granny! Komm raus, wenn ich trau... Okay, ich hätte nicht so optimistisch sein dürfen. Ich hätte nicht so optimistisch sein dürfen. Okay, ich muss jetzt outrunnen und Opa darf nicht hier sein. Opa darf auf gar keinen Fall... Sei leise, Opa, bitte. Granny, geh hoch. Granny, geh... Grey, du kannst schon mal oben im Bett auf mich warten. Pause. Wo denkt ihr so... Opa! Hört auf W, Opa reinzuschreiben. Wie schlecht. Was hätte ich anders machen können? Ich frage for real, wo denkt ihr ist Opa? Und genau in dem Moment, wo ich gefragt habe, kommt Opa. Äh, Oma. Wer geht über mir gerade? Wer geht über mir gerade? Denkt ihr Opa? Okay, Opa darf auf gar keinen Fall links rum gehen. Wenn Opa links rum geht, drehe ich durch. Alter, komm, gerade hab ich... Okay, wenn Opa jetzt links rum geht, drehe ich durch. Opa geht raus. Opa geht doch nicht raus. Hahaha. Was ein Loop. Beide sind unten, Chad. Let's go. Ich hab beide outplayed. Beide outplayed. Tür auf, Tür auf. Jetzt haben wir eine Steinschlotter. Jetzt haben wir eine Steinschlotter. Niemand kann mir was antun. Niemand kann mir was anhaben. Feuer ist hier. Feuer ist hier, Chad. Ich bin bewaffnet. Da waren die alten Socken von Opa. Hier war noch nie ein Item, Chad. Hier war for real noch nicht ein einziges Mal ein Item. Kann hier überhaupt ein Item sein? Ich hab nicht das Gefühl, nein. Ich hab das Gefühl, nein, hier kann kein Item sein. Hä? Wut? Hä? Oh, und GG, Chad. Hier kann for real kein Item sein. Was wollte ich nochmal machen? Küche war auch nichts mehr, hab ich recht? Küche war leer. Gib mir die Pumpkin, Opa. Hör damit! Ah! Lass noch! Lass noch! Good night, Grandma. Jo, ich dachte, ich hab nicht getroffen. Wir gehen hoch, wir gehen hoch, Chad. Wir gehen hoch. Wir gehen hoch. Letztens. Aus dem Weg, Opa. Oh, hier auch Pause. Winden. Und GG, Chad. Offizier rieche ich nie wieder mehr was in meinem Leben. Jo, was in aller Welt hab ich grad gemacht, Chad? Es tut mir leid für jeden, der das gerade bezeugen musste. Jo, sorry an jeden Einzelnen, der das gerade sehen musste. Haben wir nicht irgendwo das Holz sogar schon gefunden gehabt? Irgendwo war das Holz. Also die Planke zum rüberlegen und das Holz war irgendwo auch noch. Ja, was ist? Was? 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 Gib mir den Schlüssel! Ja, was? Was ist für ein Schlüssel, Chad? Ich kann nicht erkennen, was das für ein Schlüssel ist. Ja, wir droppen kurz die Pumpkin. Ich erkenne es nicht! Wo haben wir zur Hölle das Holz gelassen? Wo haben wir zur Hölle das Holz... Liegen hier nicht manchmal irgendwo Items? Oh, bevor ich runterfalle, bevor ich runterfalle. Wo zur Hölle... Das ist der Chat-Key, sagt ihr? Also für die Scheune. Okay, 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 okay. Okay, verstanden. Verstanden, Chad. Okay, wir gehen jetzt hier runter. Irgendwo war das Holz, Chad. Der Erste, der mir sagt, wo das Holz wird gemoddet. Der Erste, der sagt, wo das Holz wird gemoddet. Und Bein gebrochen. Bein offiziell gebrochen. In der Küche? Okay, Chad, wir werden jetzt... Wir werden jetzt ein W-Gameplay raushauen. Raushauen, schaut zu und lernt. Schaut zu und lernt bei diesem W-Game... Fuse war hier. Wofür braucht man die Fuse nochmal? Jetzt wird Oma kommen, jetzt wird Oma kommen. Oma kommt. Oma kommt gerade. Okay, ich hab den Schuss noch abgefeuert. Ich hab den Schuss noch abgefeuert. Ich hab den Schuss noch abgefeuert. Ich hab den Schuss noch abge... Lost. Ja. Ich dachte, sie wäre noch weiter weg, Chad. Wie kann man so schlecht sein in jedem Game? Opa, tut's mir nicht an. Opa, tut's mir nicht an. Opa hat's mir nicht angetan. W, Opa. Doch, Opa ist ganz oben, hab ich recht? Opa muss hier hinten drin sein. Opa muss hier... Wo ist Opa? Chad, wo ist... Wo denkt ihr, ist der Teddy? Ich hab das Gefühl, dass der... Der Teddy war letztes Mal hier sogar. Oma, ich möchte kein Versteckenspiel... Ich breche mir von einem Meter Höhe das Bein. Was in aller Welt ist das für ein Game? Ist hier irgendein Item? Natürlich nicht. Natürlich liegt hier kein Item. Wo ist Lendrina? Überlebt man das? Okay, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Wir springen auf den Esstisch, ha? Mir doch egal. Wir springen auf den... Holz in der Küche. Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich, hab ich. Ich muss die nur erstmal ausknocken. Komm her, Oma! Oh, die Falle löst bei ihr natürlich nicht aus. Natürlich löst die Falle bei ihr nicht aus. Vorher können wir Easygon anzünden, weil beide jetzt unten ausknockt sind. Ich brauch den schnellsten Call der Welt jetzt, Chad. Wo respawnen die? Wo respawnen die, Chad? Bitte schnell. Wenn das hier Erdgeschoss ist, das ist der erste Stock. Und eins drüber ist der zweite Stock. Wo respawnen die? Wo respawnen die? Oben, Chad. Wo oben? Es ist immer unterschiedlich. Erdgeschoss. Okay, wir brauchen so schnell wie möglich einfach das Feuer. Wir brauchen so schnell wie möglich zu... Spielst du noch das Game mit der Shotgun? Chad, Bugschirrkulat funktioniert leider momentan nicht. Ich wollt so oft schon mal... Einen sind schlimm, wenn Granny da gerade langgegangen ist, Chad. Ich brauch euch. Ist Granny gerade oben da langgegangen? Ich höre nichts. Ich hätte schwören können, Granny ist da gerade langgegangen. Ich hätte schwören können, Chad Granny ist da gerade langgegangen. Manche... Okay, ihr habt es nicht gesehen. Okay, alles easy. Warum funktioniert Parkschirrkulat nicht? Äh, wenn ich starte, lag mein Stream einfach. Ganz, ganz komisch. Wie als ob ich Internetprobleme hätte. Sehr, sehr weird. Das ist nur bei dem Game so leider. Okay, was für ein Key ist das jetzt? Seid euch, ich sehe, das ist der Shad Key. Weil da muss ich ihn nicht unnötig droppen. Okay, bitte brichte nicht das Bein. Let's go, wie überlebens. Wir schaffen es, ohne uns das Bein zu brechen. Let's go. Klar, ist die Holzplanke. Mach die Tür auf. Teddy hier. Chad, was passiert, wenn ich jetzt den Teddy nehmen würde? Ich glaube, ich sollte lieber nochmal ausknocken. Habe ich recht? Lieber nochmal mit der Slingshot ausknocken und dann den Teddy aufbringen. Das ist, glaube ich, das Schlauße, was ich jetzt gerade machen kann. Habe ich recht? Schluss ist gedroppt. Okay, okay, komm her. Komm her. Noch eine, noch eine, noch eine. Wo ist Opa, Chad? Wo denkt jetzt Opa? Good night, Grandpa. Teddy holen. Teddy holen. Nein. Wie kann es sein, dass Opa nicht Nock ist? Opa ist nicht Nock. Opa ist nicht Nock. Was ist das? Was ist das? Ich habe von wirklich einem Meter Entfernung auf Opa geschossen. Wir schaffen es. Wir schaffen es vor Opa. Let's go, good night, Grandpa. Okay, wir schaffen es vor Opa rein. Wir haben es vor Opa reingeschafft. Das Feuer oben brennt. Okay, Opa verfolgt mich. Opa verfolgt mich. Hört ihr es? Wie schnell ist Opa welchen Teddy ab? Ich habe Angst, dass Opa schneller ist. Hoch, einfach hoch. Chad, wir werden den Topo hochbringen. Sweep, sweep, sweep. Jo, hier könnte vor Rima wieder jemanden den Boden wischen. It's sweeping time. Jo, wir müssen auch Baldi's Basics mal die anderen Modi machen. Einzelne, Chad, wenn man wieder Bock hätte, Baldi's Basics die anderen Modi noch zu spielen. Wer hätte Bock darauf, Chad? Ich hätte echt Bock mal wieder drauf. Slendrina. Ach, du bist so hübsch. Gib mir einen Kuss. Und sie ist verschwunden, wie jedes andere Mädchen auch. Hi, Granny. Sei leise Opa. Okay, ich habe gerade einen traurigen Moment. Zu spät. Nein, you don't see me. Good night, Grandpa. Was wollte ich machen? Was wollte ich... Schnell! Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Was wollte ich machen? Mit der Slingshot die Basen runterschießen. Wir haben keine Steine. Wir haben keine Steine. Wir haben keine Steine. Wir haben keine Steine. Einen Stein. Wir brauchen noch einen. Wir brauchen sofort noch einen Stein. Oh, dann wisst ihr, was wir machen? Wir machen die Holzplanke. Ihr habt recht. Brett. Ja, wir machen das Brett erst. Die Steine müssen erst respawnen. Wir machen das Brett. Nein, ich werde nicht aufgehen. Ich wollte nicht offline gehen, Chad. Ich w... Jo. Munition für die Pump holen. Chad, wo ist Pump Money nochmal? Hier oben ist Pump Money. Jo, was ist der Loserfalle? Wer würde reinlaufen? Ihr dachtet. Ja, ihr dachtet. Bro hat jetzt schon wieder eingetippt. L-Clip Farmer. Bro hat jetzt schon wieder eingetippt. Für die Brücke. Jetzt kann ich sein, dass ich nicht noch... Hier ist kein weiteres Item. Hier ist nicht ein weiteres Item. Warum schreibt ihr... Warum schreibt ihr du? Warum schreibt ihr du? Ist hier kein Item mehr? Warum ist hier kein Item mehr? Was muss ich machen, damit das hoch geht? Muss ich einfach nur Strom anmachen und dann kann ich Aufzug fahren, Chad? Weil dann ist die Küche crazy. Wenn Strom geht, kann ich dann Aufzug fahren. Eins in den Chad. Ja? Jo, wenn das for me geht, ist es wahnsinnig. Strom anmachen ist ein Call. Nur weißt du, was das riesengroße Problem ist? Ich habe die Items nicht dafür. Oh, warte mal. Bro wollte mir nur helfen, was ich machen muss, damit der Aufzug geht. Oh, sorry. Ich nehme alles zurück. Dreh schnell auf. Bitte steht dein Item. Bitte lass dein Item liegen. Bitte lass dein Item. Warte mal. Wollt ihr mir sagen, ich kann jetzt oben außen rum gehen? Nein, kann ich nicht. Wir probieren es gar nicht. Warte, ich glaube, der hat die Paar aufgehoben. Wenn Bro nicht komplett... Und Bro ist komplett blind. Bro ist offiziell die blindeste Person der Welt. Was bringt es, die Fuse reinzumachen? Kann mir das einer schnell reinschreiben? Weil wir haben ja die Fuse gefunden, Chad. Was bringt mir das? Das bringt mir kein neues Item, habe ich recht? Oh, wisst ihr, was ein W-Call ist? Wir müssen mit der Slingshot des... Wir müssen mit der Slingshot das Glas unten einschießen. Unbedingt. Good night. Okay, jetzt noch Opa, jetzt noch Opa, jetzt noch Opa. Schnell, schnell, schnell. Wir müssen mit der... Wobei, wisst ihr was? Wir heben uns die Muni auf. Wir heben uns die Muni auf. Wir schießen mit der Slingshot unten ein. Mir egal, ob dann wieder der komische Ticketkontrolle herkommt. Was ein Loser. Wie viel kriegt der die Stunde? 3,50 Euro dafür, dass er mich verpeift. Ich würde ihm 10er unter der Hand geben. Soll ich es mal probieren, ihm 10er unter der Hand zu geben? 10er unter der... Good night. Bitte lass da gute Items sein. Bitte lass da jetzt ein gutes Item sein. Jetzt muss da das wichtigste Item der... Der Tranky. Den Accelerator haben wir auch schon. Okay, schnell, 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 schnell. Slingshot liegt unten, Chat. Merkt euch das. Coconut. 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 Go... Chat, ich bin nicht arbeitslos. Hört auf, den Leuten falsche Informationen zu geben. Ich studiere. Opa. Ich studiere, Chat. Ich bin nicht arbeitslos. Eins im Schiff, wer denkt, ich bin arbeitslos. Seid ehrlich. Cap. Okay, Chat, ich studiere. Ich habe momentan Praktikumssemester, deswegen habe ich ein bisschen mehr Zeit. Mach auf. Noch ein... Safe Key. Und der gesamte Chat denkt, ich bin arbeitslos. Ja, ich bin nicht... Sind wir auf einmal doch in der U-Bahn? Wer hat die Tür zugemacht? Ich selber? Ich bin arbeitslos. Ist unten auch noch Muni-Chat? Schneller Call. In der Küche. Ich glaube, in der Küche haben wir alles genommen. Habe ich recht? Fuse ist für Elektrik auch... Granny will kommen. Wenn Granny... Ich habe ein paar Süßigkeiten für die Granny. Oh. Das Gebiss ist fake. Hätte ich ja fast nicht erahnen können, dass das Gebiss fake ist. Du kannst nicht mehr kauen, Granny. Dann süff... Dann schlürf weiter Suppe. Außen weg, Opa. Außen weg. Ich glaube, Opa wird die Pumpkin danach finden. Opa wird For Real die Pumpkin danach finden, wenn er nicht blind ist. Champion For Real, sehr, sehr viele Schlüsse. Danke dir für die 190 Bits, MCT-Player. Bitte gutes Item, bitte gutes Item, bitte gutes Item, bitte gutes... Gutes Item. Sehr gutes Item. Aber es bringt mir noch nichts. Wir müssen die Crowbar holen. Wir brauchen unbedingt die Crowbar, Chad. Crowbar. Wo habe ich die Crowbar gelassen? Ich glaube, auch unten. Jo, wenn Granny da jetzt gewesen wäre, wäre das mein Todesurteil. Nicht umdrehen, Granny? Hey, Granny. Nicht umdrehen und es gibt hier 100 Euro. Und Granny ist offiziell reich. Granny ist offiziell der reichste Mensch der Welt, weil sie sich umgedreht... Seid ehrlich, Chad. Ist es ein W-Call oder ein L-Call? Schreib W oder L rein. Ähm... Ich sammle jetzt drei Steine. Dann gehen wir zum Ticket... Ich hab den Call noch nicht mehr gesagt! Hört auf, L rein zu... Äh, wir sammeln drei Steine. Äh, dann gehen wir runter zur Slingshot. Dann gehen wir runter zur Slingshot. Knall... Oh, wir sterben einfach. Wir gehen runter zur Slingshot jetzt. Lösen den Ticket-Kontrolleur aus. Knallen dann beide... Äh, knallen dann beide ab. Hä? Und holen dann die Crober und brechen oben die Box noch auf. Ist das ein guter Call, Chad? Ah, beide sind links. Nein, du siehst mich nicht, Oma. Hör auf zu cappen. Oma würde wünschen, mich gerade zu sehen, aber Oma ist blind. Oma ist blind. Oh, und wisst ihr, was wir auch noch machen müssen? Die Vasen. Erinnert mich dran, dass wir die Vasen schon machen können. Ich brauche... Ich brauche gleich... Ich brauche euch gleich, Chad. Wir können die Vasen schon machen. Wir können die Vasen schon machen. Okay, Ticket wird ausgelöst. Hey, ich sage ja immer noch kein Ticket. Hahaha. Oh nein, sie lösen den Alarm aus. Wie? Wie schlimm. Ist ja nicht so, als würde ich genau das wollen. Kann man das irgendwie ausschalten, das Teil? Ja! Hä? 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 Godnight, Grandpa. Jetzt noch Grandpa. Jetzt noch Grandpa. Oha! Fang, Opa! Okay, wir brauchen sofort... Wir brauchen sofort die Crowbar. Sofort die Crowbar, Chad. Slingshot ist immer noch hier unten. Slingshot ist hier unten. Wenn wir unten so ein Lager machen, ist es gar nicht mal so dumm. Wo sind alle Kisten, die ich aufbrechen kann, Chad? Wo sind alle Kisten, die ich aufbrechen kann? Ich glaube, es gibt nur noch eine oben. Gibt es noch eine andere, die ich aufbrechen kann? Ja oder nein? Ich glaube, nur noch ganz oben gibt es eine. Oben nimmt die Fuse mit. Wie soll ich die... Bro denkt, ich habe zwei Hände. Jo, ich habe zwei Hände. Trotzdem in dem Game habe ich keine zwei Hände. Nein? Ich glaube nur noch hier, oder? Bei deiner Oma. Chad, ich mache gleich die Vase. Chad, Chad, beruhigt euch. Wenn noch einer Vase schreibt, gehe ich... Münze. Haben wir nicht mittlerweile alles? Was fehlt noch? Wir haben das Ticket. Wir müssen nur noch Strom machen, aber ich... Oh ja, Aufzug geht mittlerweile. Das meinte er. Okay, und wie fährt man den Aufzug wieder runter? Wollte ich mir gerade sagen, man kann nicht... Wo fahre ich hin? Kann man den Aufzug auch wieder runterfahren? Let's go. So, wo sollen wir hin? Einzel-Chat-Ticket stecken lassen und später holen, damit wir nochmal Granny uns so austricksen können. Zwei-Chat-Werzer-Ticket direkt einlösen. Was sagt ihr? Stecken lassen. Okay, 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 okay. Wir lassen es stecken, Chad. Du kannst escapen mit der Fuse. Ihr wollt mir sagen, ich kann jetzt schon escapen? Und Granny spawnt doch unten. Wollte ich mir gerade sagen, ich kann schon escapen? Ja! Fuse einstecken und dann kann ich das Tor öffnen und kann esca... Okay, shit. Konzentriert euch. Konzentriert euch. Wir können escapen. Escape mit dem Train ist cooler. Okay, eins in Chip, wer sagt, ich soll wie ein Loser durch die Tür escapen. Zwei in Chip, wer sagt, ich soll mit dem Train escapen und alles noch zusammensetzen. Habe ich gerade den lautesten Ton der Welt gemacht? Nein. Was war die Frage? Was war die Frage? Wir müssen eine Umfrage machen. Wir müssen eine Umfrage machen, Chad. Zug, Tor. Wie wollt ihr escapen, Chad? Zug oder Tor? Jo, wenn wir jetzt verkacken wegen euch, weil ihr seid, ich soll mit dem Zug escapen, Chad, drehe ich durch. Wenn ich jetzt verkackt, weil ihr seid, ich soll mit dem Zug es... Und wir machen scheinbar den Zug, Chad. Der Chad hat abgestimmt, wir machen den Zug. Wir haben zu wenig Steine. Wir haben zu wenig Steine. Okay, ich darf nur einen ausknocken von beiden. Bro, bist du blind? Da war kein Stein, Chad. Okay, wir müssen es riskieren. Hoch, 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 hoch. Hoch, hoch, hoch. Hoch, hoch, hoch. Bitte schläft, Opa. Hoch, hoch, hoch. Lauterste Ton der Weltgeschichte. Heia! Ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Okay, okay, wir schießen jetzt beide Vasen runter, holen uns dann nochmal die Steine, nocken beide aus und dann befüllen wir die Vasen. Weil wir müssen die Vasen befüllen, während beide ausgenockt sind. Habe ich recht? Okay, ich breche mir wieder das Ball von 1,50 Meter. Was bin ich, hä? Bro, Chad, for real, ich habe, glaube ich, for real in diesem Game Glasknochen. Weil ich breche mir bei jeder einzelnen Sache alles. Ist es nicht so bei Glasknochen, dass man sich alles bricht? Weil for real, ich breche mir einfach alles. Ich fall von einem Meter runtergebrochen. Ich fall von 10 Zentimeter runter, ich habe mir alles gebrochen. Was bedeutet FR? FR bedeutet für echt for real. Heia. Warum? Hat Opa die Pampern? Heia! Good night, Grandpa. Braunstein, 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 Braunstein. Ganz schnell ein Stein. Ganz schnell ein Stein. Opa ist gerade ein Knock. Opa ist ein Knock. Drück. Drück mal Windows plus L. Oh nein, ich werde nicht Windows plus... He, da lacht sie mich wieder aus. Opa. Chad, wo denkt ihr es Opa? Ratet mal, wo Opa gerade ist. Chad, ich brauche euch. Wo denkt ihr es Opa gerade? Wenn Opa in der Küche ist, war es das. Opa darf nicht in der Küche sein. Er hat die Pampkan. Ich glaube er hat die Pampkan. Er hat nicht die Pampkan und geht hoch. Er hat nicht die Pampkan und geht hoch. Er hat nicht die Pumpgun und geht hoch. Slingshot ist draußen. Jett, die holen wir danach direkt wieder. Oh, jo. Wie riskant war das gerade? Oma ist respawned? Ich glaube auch. Oma ist mittlerweile respawned. Wir müssen jetzt so schnell wie möglich wieder... Wo kommt die hin? Bitte, war es nicht falsch. Das war richtig, glaube ich. Ich glaube, das war richtig. Okay, jetzt hoch. Jetzt ganz schnell hoch Slingshot holen. Ganz schnell hoch Slingshot holen. Granny ist nicht da? Denken die Granny ist draußen? Granny war, glaube ich, tatsächlich draußen. Wo in aller Welt habe ich die verdammte Slingshot? Zum Glück habe ich sie draußen gelassen. Jo, wenn ich der größte Loser der Welt die Slingshot jetzt nicht draußen gelassen hätte, wäre ich... Jo, ich hätte gerade alles verkaufen können, Chad. Ich habe noch nie so sehr mich um einen Stein gefreut. Stein! Mit dem Stein. Küss mich, Stein, bitte. Chat, ist es normal, eine Liebesbeziehung mit einem Stein anzufangen? Seid ehrlich. Eins sind chill, wenn es normal ist, mit einem Stein eine Liebesbeziehung anzufangen. Okay, nein. Nicht alle fünf Jahre respawned das Ding. Nicht alle... Wir machen es so. Wir locken Granny her. Wir locken Granny her. Wo ist Granny? Was wollt ihr machen? Wase, wase, wase. Und Padlock ist draußen, Chad. Ähm... Jetzt brauche ich einen wichtigen Call. Respawnen? Granny? Oder sind sie nur Knock und stehen an der Stelle, wo ich sie runtergeschossen habe, auf? Was ist der Fall? Respawnen sie, oder stehen sie an der Stelle auf, wo ich sie genockt habe? Nein, Chad, das SCM in meinem Namen steht nicht für schmaler Clown, Marco. Sie respawnen, sie stehen auf. Und danke, dass keiner im Chat einig ist. Wir schauen jetzt gleich, ob sie noch da liegen oder ob sie weg sind. Bitte sind sie weg, bitte sind sie... Sind weg, okay, sie respawnen. Sie respawnen, Chad. Das ist sogar relativ gut. Das ist sogar relativ gut. Okay, 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 okay. Denkt ihr in der Zeit, schaffe ich es noch schnell den Padlock-Key zu? Und ich bin mir nicht sicher. Schnell, 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 wir müssen speedrunnen. Usain Bolt. Oh, Sevens in, Chad. Drückt mir die Daumen, Chad, bitte. Jo, der Fakt, dass ich mich so sehr darauf verlasse, dass da der Elektro-Switch drin ist, ist wahnsinnig. Ich verlasse mich so sehr darauf, dass da der Elektro-Switch drin ist, ist wahnsinnig. For real. Ich kenne keinen, der sich so sehr darauf verlasst. Wenn da der Elektro-Switch nicht drin ist, Chad, war es das. Und dann müssen wir uns sammeln, weil dann müsst ihr mir helfen, wo alle Items sind. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo der Gottverdammte Train-Key ist, Chad. Wo in aller Welt ist der Train-Key? Wo ist der Train-Key? W sind Chad. W sind Chad. W sind Chad. Ticket holen, Ticket holen. Wir holen schon mal unser Zugticket. Weil wir sind ein guter Bürger und fahren nicht schwarz. Wir fahren nicht schwarz, Chad. Wir distanzieren uns von Schwarzfahrt. Einzel-Chap, wer auch schon mal schwarz gefahren ist. in der P. Hä, mit dem Ticket? Hä? Ticket-Kontrolleur. Oh, wo habe ich denn mein Ticket? Oh nein, bitte kontrollieren Sie mich nicht. Bitte kontrollieren Sie mich nicht. Wo habe ich denn nur mein Ticket? Wo habe ich's nur? Mach die Tür auf, Loser. Mach die Tür auf. Mach sie auf! Sind die Items? Jetzt bringen wir den Elektro-Switch hier dran. Dann brauchen wir nur noch den Accelerator und den Trainkey und wir haben's. Okay, Chad. Okay, ich glaube, wir waren noch nie so weit. Habe ich recht? Wir waren noch nie so weit in diesem Granny 3. Nur das Problem ist, ich habe nur noch ein Leben. Das ist das viel größere Problem, dass ich nur noch ein Leben habe. Ich habe nur noch ein Leben. Strom haben wir auch schon an, Chad. Strom ist an. Strom ist an. Wir müssen jetzt nur noch diesen Schalter betätigen. Was passiert eigentlich, wenn wir den Schalter... Okay, das wird viel zu laut sein. Schalter! Was passiert, wenn ich das gemacht habe? Geht dann das Tor hier auf? Ja, was? Haben wir gerade Granny outplayed? Bitte kommt Granny runter. Was liegt da? Da ist der Trainkey. Habe ich recht? Trainkey ist sogar unten direkt. Habe ich recht? Einzelschill, wenn das der Trainkey ist. Grandpa hört nichts. Grandpa kann nicht runterkommen. Ja, ist es? Okay. Let's go. Let's go. Der Trainkey ist auf unserer Seite. Er ist unten. Wir müssen jetzt nur noch beide einmal knocken und den Accelerator holen und wir haben es. Grandpa können uns jetzt einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn Grandpa jetzt da ist, war es das. Bitte ist er auch nicht draußen. Bitte ist er nicht draußen. Bitte ist er nicht draußen. Okay, Chad. Okay, Chad. Ich kann es eigentlich nicht mehr verkaufen. Wenn ich es jetzt noch verkaufe, Chad, drehe ich durch. Wenn ich das jetzt noch verkaufe, drehe ich durch. Wir brauchen nur noch zwei Steine. Wir könnten Geschichte schreiben. Wir könnten Geschichte schreiben und Granny 3 endlich schaffen. Bitte! Gib mir den Stein! Oh, tut mir leid, Chad. Er hat die Papke. Er hat die... Nein. Nein, Opa macht uns einen Strich durch die Rechnung. Opa macht uns einen... Opa hört nichts. Wir müssen Opa jetzt knocken. Wir müssen Opa jetzt knocken oder nie. Granny! Hier war ein Stein. Komm her! Opa ist nicht knock. Ich habe beide geno... Nein. 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 Nein! Schaut zu und lernt. Was wollt... Wo ist der Accelerator, Chad? Ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Wo ist der Accelerator? Wir haben beide genockt. Let's go! W. W aim, Chad. W aim. Wo ist der Accelerator, Chad? Schnell. Wir brauchen Steine. Wir finden keine Steine mehr. Weiß einer, wo der Accelerator ist, oben? Ist er oben in irgendeiner Schublade? Ich glaube, oben in irgendeiner Schublade. Oh nein, Oma. Ich möchte nicht verständlich spielen. Geht sie gerade hochgegangen? Wo ist Oma hin? Okay. Oma muss jetzt links in die Küche gehen und darf uns nicht sehen. Wenn das passiert, haben wir es. Wo ist sie? Geht sie runter? Wo ist Oma hin? Steine. Steine. Ich brauche hier zu trinken, Steine wie noch nie. Jetzt ist gerade der wichtigste, um Steine zu haben. Bitte. Bitte. Wenn es irgendwie sowas wie ein Stein gibt, dann jetzt. Dann jetzt. Kann nicht sein. Das kann nicht sein. Wir finden keinen Stein. Ich wollte mir gerade sagen, wir finden keinen Stein. Wir finden keinen Stein. Denk dir, Oma ist... Nein, das ist zu riskant. Ich will es nicht riskieren. Ich will es nicht riskieren. Wir spielen es lieber langsamer. Lieber spielen wir es ein bisschen langsamer, damit wir es haben. Lieber spielen wir es... Schaut zu und lernt. Okay, es macht keinen Ton. Vergesst alles, was ich gesagt habe. Warum macht es keinen Ton? Warum ist alles gegen mich? Warum ist alles gegen mich? Spar lieber auf drei Steine. Jeff, wann respawn... Kann einer bitte googeln, wann die Steine respawnen? Bitte. Ich brauche einen Call, wann die Steine respawnen. Weil ich dreh gleich durch. Nimm die Pump. Jeff, wisst ihr, was das Problem ist? Ich kann die Pump nicht nehmen. Ähm... Weil wir keine Muni mehr haben. Sorry. Weil wir keine Muni mehr haben. Wir haben... Keine Muni mehr! Da waren auf jeden Fall die alten Socken von Oma. Oh, was? Ja, Pau. Okay, der Fakt, dass hier einer 30 Sekunden reinschreibt und denkt, ich bin dumm. Im... Im Auto? Okay, Chad. Jo. Seid ihr lost? Im Auto ist keine Muni mehr! Wir haben die Muni vom Auto genommen, Chad! Wir haben die Muni vom Auto genommen! Seid ihr blind? Jo, ich hatte gerade auch kurz Angst, dass wir doch noch Muni haben. Ich dachte gerade kurz... Nein. Nein! Das war's. Das war's. Das war's. Ich hab Granny hierher gelockt. Ich hab Granny zu diesem Raum gelockt. Wir sind schneller. Wir waren schneller als Granny. Wir waren schneller als Granny. Let's go! Wir brauchen sofort die Steine. Wisst ihr, was? Ich bleibe jetzt genau hier stehen. Wir warten jetzt, bis die Steine respawn sind, Chad. Ich lass hier nichts mehr anbrennen. Ich lass hier nichts mehr anbrennen. Aufzug ist der W-mäßigste Call, den ich jemals gehört hab. Accelerator. Wo ist der verdammte Accelerator? Wo ist der verdammte Accelerator? Eins im Chat hier in dem Stock, zwei im Chat in dem Stock. Schnell, 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 schnell! Ich glaube in dem. Ich glaube in dem. Und jeder schreibt mit zwei. Oben. Er ist, glaube ich, oben. Er ist, glaube ich, for real oben. Er ist, glaube ich, for real oben. Augen auf, Augen auf. Wenn Opa irgendwo ist, ist was. Opa. Wo ist der verdammte Accelerator? Chad, 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 Chad! Wo ist der Accelerator? Wo ist der Accelerator? Wo ist der Accelerator? Ihr seid unten? Ihr seid im Flur unten? Das kann nicht sein. Bann den weg, der gesagt hat Aufzug. Bann den weg, der gesagt hat Aufzug. Bann den weg, der gesagt hat Aufzug. Bitte so. Wenn Opa unten ist, war es das. Wenn Opa sich jetzt dazu entschieden hat, runterzugehen, war es das, Chad. Bitte, Opa, tu es mich nicht an! Ich habe so Angst. Wenn Opa jetzt unten ist, Chad, war es das offiziell. Bitte, Opa! Ja! Nur noch der Schlüssel. Nur noch der Schlüssel, Chad. Nur noch der Schlüssel. Gib mir den Schlüssel. Yo, der Fakt, dass der Schlüssel hier unten ist, ist wahnsinnig, Chad. Der Fakt, dass der Schlüssel hier unten ist, ist wahnsinnig. Was muss ich machen? Nur Accelerator an, habe ich recht? Ich muss die Türen schließen. Welche Tür? Welche Tür? Welche Tür? Nein. 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 Knopf drücken. Welcher Knopf? Die hier! Nein. Habe ich verkackt? Das war's. Raus hier! Granny will kommen! Granny hat safe, das gehört. Chad, welche Türen? Muss ich beide? Warte kurz, ich glaube, Granny kommt. Ja. Granny kommt, Granny kommt, Granny kommt. Granny kommt, Chad. Wir warten, bis Granny weg ist und dann machen wir das Ganze in Ruhe. Hört auf L-Wodka zu schreiben, Chad. Ich trinke Wasser. Warte mal, wie dumm wäre das jetzt, wenn ich nochmal durch die Tür gegangen wäre, Chad? Ja, dann hätte ich vor Real zugegeben, dass ich einfach einen IQ-Punkt habe. Vor Real. Kein Ton machen, kein Ton machen, kein Ton machen. Tür zu. Tür zu. Sir, danke, dass sie mich begleitet haben. Oh, Seven sind, Chad. Oh, Seven sind... Mach doch den Zug an! Fahr! Das Tor ist zu! Das Tor ist zu! Das Tor... Ja, da schaut ihr blöd! Da schaut ihr... Ja, du auch, Zentrina. Ha, 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 ha! Ha, ja! ARD Text im Auftrag von Funk